Ja, dann willkommen wieder zur Vorlesung in Grundsang der Informationstechnologie. Heute machen wir die zweite Hälfte von Rechnernetze. Das heißt, wir machen am OSI-Modell weiter und kümmern uns jetzt um die Anwendungsschicht. Erstmal eine kurze Wiederholung. Also das OSI-Modell war eine Standardisierung für die Netzwerkkommunikation und das unterteilt sich in sieben Schichten. Die ersten vier Schichten dienen dem Transport und die letzten drei Schichten dienen den Anwendungen. Also BIT-Übertragung waren ja so die Übertragungsmedien. Sicherungsschicht hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel keine Kollision gibt und dass nur die kommunizieren können, die auch berechtigt sind im Netz. Die Vermittlung und die Transportschicht waren ja dafür da, dass die Pakete richtig gehutet werden. Ja, und jetzt machen wir die Schichten 5, 6 und 7. Das ist also der Teil, der in Software umgesetzt ist. Die ersten vier Schichten sind ja weitestgehend Hardware-Dinge gewesen und das 5 bis 7 ist jetzt Sachen, für die Software oder das Betriebssystem zuständig ist. Schauen wir uns erst mal Schicht 5 und 6 an, Sitzung- und Darstellungsschicht. Die werde ich jetzt eins erfassen, weil die Trennung etwas kommt, die etwas schlecht geht. Erstmal die Aufgabe dieser Schichten ist die Verbindung über standardisierte Protokolle. Also standardisiertes Protokoll heißt, es gibt so konkrete Bytefolgen, die für irgendwas stehen. Sie haben also sowas wie Header und Inhalt und so weiter. Also das ist so wie der Aufbau von z.B. einer Bitmap-Datei. Dort hat man ja auch einen standardisierten Aufbau und so ein Protokoll ist halt auch so standardisiert aufgebaut. Zudem müssen diese Protokolle den korrekten Datenaustausch gewährleisten. Und um das sicherzustellen, müssen drei Dinge berücksichtigt werden. Zum einen die Codierung, Kompressionsverfahren und Verschlüsselungsverfahren. Das werden auch so die Hauptthemen heute sein. Also Codierung, Kompression, Verschlüsselung. Ich werde alle drei Themen mal anschneiden und Ihnen dann einige einfache Beispiele dazu zeigen. Fangen wir mal mit Datenkodierung. Als erst mal Datenkodierung, das wissen Sie im Prinzip schon, was das ist. Weil wir hatten ja schon ASCII-Kodierung und z.B. Unicode. Das ist natürlich auch Kodierungsverfahren für Zeichen. Das heißt, generell wissen Sie schon, was eine Kodierung ist. Kodierung ist also das Überführen von Zeichen eines Codes in die Zeichen eines anderen Codes. Das heißt also, man hat eine Byte-Sequenz und diese wird eindeutig einem Buchstaben zugeordnet. Da hatten wir z.B. für englische Texte den ASCII-Code. Sie kennen vielleicht noch die ASCII-Tabelle, die hatte ja so 7 Bit. Das heißt, man konnte 128 Zeichen damit kodieren, wobei die ersten 32 davon Steuerzeichen waren. Steuerzeichen waren ja so nicht druckbare Zeichen wie der Zeilenumbruch oder es gibt noch ein Tabulator z.B. Und ja, die meisten Steuerzeichen haben ja keine praktische Relevanz mehr. Und heutzutage gibt es ja 8 Bit. Das 8e Bit war ja ungenutzt oder ist zur Fehlererkennung, bzw. für andere Sachen wie westeuropäische Kodierung. Das ist mir das 8e Bit, um so z.B. Umlaute zu kodieren. Und für weltweite Kommunikation hat man sich auf die Zeichenkodierung Unicode geeinigt, weil die alle Schriften und Zeichen der Welt kodieren kann, inklusive Emojis z.B. Ich möchte jetzt mal noch eine neue Kodierung einführen. Die nennt sich Base64. Die ist in der Übertragungstechnik sehr verbreitet. Was macht die? Die kodiert 8 Bit Binärdateien, also z.B. Bilder, als ASCII-Text. Warum macht man das? Also viele Protokolle aus dem Internet sind halt textbasiert. Das heißt, sie können keine Binärdateien sicher über Textprotokolle schicken. Das liegt einfach daran, dass in Binärdateien ja alle möglichen Weitfolgen drin sein können. Z.B. auch solche Marker wie jetzt ist der Text zu Ende und andere Steuerzeichen. Das heißt, das ist nicht sicher für die Übertragung. Deswegen wurde Base64 erfunden. Das sorgt dafür, dass Binärdaten wie Text aussehen. Und das heißt, am Ende sind diese 32 Steuerzeichen z.B. nicht mehr sichtbar. Und auch die oberen 8 Bit sind kein Problem. Weil der ursprüngliche Staat für z.B. E-Mail-Anhänge, also für Dateien, die sein E-Mails anhängen, unterstützt nur 7 Bit ASCII. Das heißt, das ist für Binärübertragung eigentlich überhaupt nicht geeignet. Da hat man sich halt irgendeinen Kniff ausgedacht, damit es trotzdem geht. Und das ist dieses Base64. Und ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Das ist jetzt erstmal die Codierungstabelle. Wie Sie sehen, geht Base64 jeweils über 6 Bit. Deswegen heißt es auch Base64, weil 2 hoch 6 ist hier 64 Möglichkeiten. Deswegen gibt es auch 64 Punkte, die hier kodiert werden. Das heißt, jeweils 6 Bit werden zu einem Zeichen kodiert. Das werde ich jetzt mal beispielhaft zeigen an dem Wort Wort. Ich werde also dieses Wort hier im ASCII-Code mal in Base64 kodieren. Ja, also hier sehen Sie ja nochmal die Base64-Tabelle. Jetzt schreibe ich erstmal auf, ich möchte Wort kodieren. So, Wort im ASCII ist ja, das habe ich auf der Vorstehe stehen, das ist im ASCII-Code 5,7. Also das große W ist 5,7-Hacks. Das kleine O ist 6,F. Dann das R ist 7,2. Und das T ist 7,4. So, diese vier Hexzahlen, also sind ja 32 Bit, die wanden sich jetzt erstmal in binär um. Das heißt also, die 5 ist ja, ich meine, das können Sie gerade nochmal als Übung sehen, damit Sie noch mal wissen, wie das funktioniert. Also ich mache jetzt einfach aus diesen acht Hexziffern jeweils 4 Bit binär. Sind also am Ende 32 Bit. So, machen wir erstmal die 5. Das ist 0,1, 0,1. So, 0,1, 0,1. Dann die 7, 0,1, 1, 1, 1. So, damit habe ich jetzt schon mal die 5,7 kodiert. Äh, nicht kodiert, die 5,7 von Hexz in binär umgewandelt. Jetzt die 6, das ist ja 4 plus 2. Und das F ist alle Bit gesetzt. Das sind also die, ich mache vielleicht mal ein Trenner dazwischen, damit das klar ist. Das ist das, das ist das. So, so, 7 und 2. Und jetzt noch 7 und 4. Ergibt das. Also jetzt sind einfach diese 4 Zeichen von Hexz in binär umgewandelt. Und was ich jetzt mache ist, ich bilde einfach 6er Gruppen und lese dann oben ab. Also einfach von links nach rechts 6er Gruppen bilden und ablesen. So, ich mache jetzt erstmal 6er Gruppen hier rein. Ja, das hier ist Base64, ich schaue es mal nach hinten. Ich bilde eine 6er Gruppe, einmal hier, dann da, da, da und da. Und was Sie auch sehen können, hinten geht es nicht auf, das sind nur 2 Bit. Wir bräuchten aber 4 mehr. Das erkläre ich gleich noch. Wir machen erstmal die vorne, das kann man ja einfach ablesen. So, ich suche jetzt in der Tabelle oben 0101010101010101. Das ist also hier. Das heißt, der erste Buchstabe ist ein V in Base64. So, dann 11010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 0, 1, 1, 1, 0, 1 ist ein kleines Dö. So, und jetzt, was macht man jetzt? Man füllt einfach die fehlenden Bits mit 0 auf. Das heißt, das ist 0, 0 und dann nochmal 0, 0, 0, 0. Das heißt, das ist ein großes A. Ist das was? D. So, jetzt noch das A, weil ich hier einfach die Nullen auffülle. Das heißt, das Wort Wort ist jetzt also von ASCII nach BS64 überführt. Also, das hier war ASCII-Codierung, weil gerade nochmal die Frage ist. Das ist einfach ASCII-Codierung. Und das hier unten ist jetzt BS64-Codierung. Das heißt, ich habe jetzt von ASCII nach BS64 überführt. Also, der Vorteil erschließt sich jetzt vermutlich nicht, weil das reiner Text ist. Den wirklichen Vorteil sieht man erst, wenn man Binärdaten hat. Weil Binärdaten werden halt auch dann zu Text. Und das macht sorgt dafür eine sichere Übertragung. Ich habe das nur bei einem Wort gemacht, was da anschaulicher wird. Das ist einfach ASCII-Code. Den hatten wir ja behandelt. Wir hatten ja ASCII-Code. Das ist das hier. Und das ist ja W ist 57 Hex. O ist 6f. R ist 7,2. Und T ist 7,4. Also, ganz normaler ASCII-Code. Sie fassen die Zeichen im ASCII-Code als Bitfolge auf. Dann bilden Sie 6er-Gruppen in dieser Bitfolge und lesen die 6er-Gruppen oben ab. Und so hat man dann BS64. Das ist halt eine Kodierung, die ist nur 6-Bit lang. Deswegen muss man das auf Bit-Ebene anschauen. Die Zeichenkodierungen sind normaler 8-Bit. Aber das ist ja keine Zeichenkodierung in dem Sinne. Das ist eine Kodierung, um die Übertragung sicherzustellen von Binärdaten. Deswegen müssen halt prinzipbedingt von 8-Bit auf 6 gepresst werden, damit man ja keine Steuerzeichen oder irgendwas drin hat. Prinzipiell würde auch 7-Bit gehen. Aber die haben sich vermutlich da nicht getraut, weil das oberste 8-Bit gehört ja nicht wirklich zum ASCII-Code. Und deswegen dachten die, weil vermutlich früher vor so 30 Jahren, als das erfunden wurde, das ist unsicher. Deswegen machen wir nur 6-Bit. Und das ist auch, wie zum Beispiel Daten in E-Mails übertragen werden. Moment, vielleicht finde ich jetzt sogar mal schnell eine E-Mail. Dann kann ich Ihnen das mal zeigen. Moment. Ich versuche mal kurz, einen Anhang von der E-Mail zu finden. Also das ist hier ein Anhang von der E-Mail. Hier ist der Name des Anhangs. Wir haben uns hier mal einen Quelltext anguckt. Und Sie sehen, das Transferencoding ist BS64. Und ein PDF ist offensichtlich eine Binärdatei. Und kodiert in der E-Mail sieht das halt so hier aus, wenn das durch die Leitung geht. Das ist halt binär nach BS64 kodiert. Und Sie sehen, kein Binär mal drin ist halt auf ASCII gequetscht. Das heißt, BS64 sieht man eigentlich an vielen Stellen, wo man binär übertragen will, aber binär nicht sicher übertragen kann. Das Problem ist halt immer, diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel E-Mail waren natürlich nur für Textübertragung. Dann hat jemand gemerkt, na, eigentlich will ich auch Binärdateien verschicken. Wie machen wir das jetzt? Und dann wurde das halt noch angeklatscht. Also es sind halt immer solche danach, solche Überlegungen, die erst danach aufkamen. Deswegen ist das halt immer etwas, ja, wirkt das immer so aufgesetzt. So rauskommt ja, wie ich gesagt habe, steht hier auch hier unten, V29YD A. Das ist das Ergebnis. Aber es gibt noch einen Sonderfall, das ist aber auch nicht bei allen BS64-Standards so. Es steht noch da, man muss da noch angeben, wenn die Wortlänge kein Vielfaches von 3 ist, also die Zeichenlänge kein Vielfaches von 3 ist, muss man istgleich Zeichen auffüllen, so lange, bis es ein Vielfaches von 3 ist. Braucht man aber nicht bei allen BS64-Implementierungen, ist auch eigentlich ziemlicher Blödsinn, weil der Encoder kann das ja selber feststellen. Also keine Ahnung, was der Sinn davon ist. Heißt also hier, eigentlich, das Ergebnis hier ist nicht, V29YD A, sondern das Wort muss hier ein Vielfaches von 6 sein. Keine Sorge, in der Prüfung mache ich nur Vielfaches von 3. Und deswegen, also hier fehlen eigentlich noch zwei Zeichen, damit es aufgeht, dann ist ja ein Vielfaches von 3, weil 6 Zeichen, und da dort zwei Zeichen fehlen, müssen Sie dort noch 2 istgleich Zeichen beim BS64 hinten ran machen. Fragen Sie nicht, wieso, ist halt so. Das heißt, hier am Ende müssten dann noch 2 mal istgleich sein, hinter dem A, und dann geht's auf. Also den Teil muss man nicht unbedingt verstehen. Habe ich hier aber auf der Folie halt nochmal erklärt. Sie können der Mail bestimmt auch 0 und 1 verschicken, sofern es eine Codierung gibt, die genauso aussieht und vom E-Mail-Programm unterstützt wird. Man hat ja dieses Content-Transfer-Encoding dort stehen. Dort muss man halt die Codierung reinschreiben und in der Regel steht halt BS64 drin und ich weiß nicht, welche anderen Formate zulässig sind bei einer E-Mail-Übertragung. BS64 hat natürlich einen exzertanten Nachteil. Sie haben ja 6-Bit und die werden auf 8-Bit abgebildet. Das heißt, Sie brauchen 33% mehr Daten, um die gleiche Menge zu übertragen. Das heißt, Sie benötigen viel mehr Speicher und E-Mails werden größer. Das heißt, wenn Sie so 8 MB übertragen, in einer E-Mail müssen Sie 13 MB durch die Leitung schicken. Also wenn Sie 10 MB Anhang haben, der wird BS64 kodiert, dann ist die E-Mail 13 MB groß. Das heißt, es ist eine Riesenplatzverschwendung, einfach weil man halt diese Altlast mitschleppt. Die Istgleichzeichen, die haben keinen Zusammenhang mit dem Anfang. Das gibt einfach an, wie viele Zeichen Sie brauchen, damit das Ausgangswort ein Vielfaches von... Es geht darum, dass das Ausgangswort ein Vielfaches von 3 ist. Also Wort hat ja nur 4 Zeichen. Also Wort hat ja 4 Zeichen. Und um ein Vielfaches von 3 zu haben im Ausgangswort, brauchen Sie noch 2 Zeichen mehr. Und darauf beziehen sich diese Istgleichzeichen. Und das liegt einfach daran, Sie brauchen halt hier hinten irgendwie noch Füller, damit Sie hier wieder 6 Bit haben. Und diese 6 Bit Gruppen gehen nur auf, wenn Sie halt Vielfaches von 3 haben. Weil nach 3 Gruppen haben Sie ja immer 24 Bit. Und 24 durch 6 geht immer auf. Deswegen, Sie brauchen immer 24 Bit, um 4 Base64 Zeichen zu bilden. Deswegen brauchen wir Vierfache von 3, damit es aufgeht. Ja, also Base64 ist so die einzige Kodierung, die wir noch so mal neu eingeführt haben. Das heißt, damit können Sie jetzt ASCII, sowas wie Lethe 1, also Sie können die ganzen Tabellen lesen. Und jetzt wissen Sie noch, wie Base64 aussieht. Das ist noch so mit die geläufigste. Das ist Encoding. Es gibt noch hunderte andere Encodings. Zum Beispiel gibt es noch was, nennt sich Punicode. Punicode nutzt man, um Umlaute in Webadressen zu kodieren. Also es gibt noch hunderte Kodierungen. Es gibt noch UTF-7 und alles Mögliche. Das behandeln wir aber nicht. Ich finde ASCII, Base64 und Unicode sind mir die sinnvollsten. Ja, Base64 hat dann primär eingeführt aus Sicherheitsgründen, weil man halt Angst hat, dass die ganzen Protokolle nicht richtig funktionieren, wenn man dort binär drüber schickt. Und die meisten Programme sind ja auch früher dafür nicht designt gewesen. Deswegen hat man es halt zur Sicherheit gemacht, weil es uns nicht geht. Genau, weil bei Wort zwei Buchstaben fehlen, werden zwei Ist-Gleichzeichen eingefügt. Das heißt, würden wir Word kodieren, würden dort keine Ist-Gleichzeichen stehen, würden wir Wort A kodieren, müsste am Ende noch ein Ist-Gleichzeichen stehen. Hm, und bis heute noch nicht genannt, das ist eine gute Frage. Das Problem an diesem ganzen Verfahren ist natürlich, wie heißt es so schön, never change a running system. Man hat natürlich weiterhin Angst, dass es irgendwo kracht, wenn man halt, ich meine, es gibt so viele uralte Systeme, man hat natürlich Angst, dass es irgendwo kracht, wenn man den Standard ändert. Deswegen fässt man ihn am besten gar nicht an. Aber ja, heutzutage würde es vermutlich funktionieren, auch binär über E-Mail zu verschicken. Aber aus irgendeinem Grund macht es niemand. Das Problem ist halt auch, diese ganzen Protokolle sind ja auch textbasiert, und das heißt, ein Befehl ist zu Ende mit einem Zeilenumbruch. Und Sie haben ja in so einem Binär-Stream haben Sie auch zufällige Zeilenumbrüche prinzipbedingt drin, weil ein Zeilenumbruch ist ja auch nur eine Byte-Folge, ein bestimmtes Byte. Und wenn dann das Mail-Programm halt diesen Zeilenumbruch nicht als Teil der Binärdaten ansieht, sondern als wirklich ein Zeilenumbruch, dann, ja, wird es halt falsch gedeutet. Deswegen lässt man es noch immer so. Ja, Tabellen werden alle gestellt. Ja, jetzt hatten wir gerade Codierung. Codierung hat also den Nachteil, da werden es mehr Daten. Also bei BS64 werden es mehr Daten, bei ASCII bleibt es gleich. Und es gibt natürlich noch den Fall, dass man weniger Daten möchte. Und dafür gibt es Datenkompression. Datenkompressionen haben wirklich eine schnellere Übertragung, einfach weil es halt kürzer ist als das Original. Und es gibt zwei Arten von Kompressionen, je nach den Anforderungen. Zum einen verlustbehaftete Kompressionen. Das machen zum Beispiel bei JPEG nur Fotos so. Bei JPEG sind die Daten also verloren und können nicht wiederhergestellt werden. Bei JPEG nutzt man ja so Eigenschaften vom menschlichen Seelen. Das heißt, man entfernt die Details, die sowieso nicht wahrgenommen werden und macht dadurch die Datei kleiner. Ist auch der gleiche Trick bei Film. Bei Film werden ja auch so Sachen, die man weniger wahrnimmt, weggefiltert. Das sehen Sie vor allem so in dunklen Flächen, dass in dunklen Flächen weniger Details sind. Und das ist halt verlustbehaftete Kompressionen. Das heißt, die Daten sind nicht wiederherstellbar. Der aktuelle Stream hier auf Twitch ist ja auch verlustbehaftet. Der wird halt mit 3 Megabit pro Sekunde, was sehr viel ist für Standbild übrigens, der wird mit 3 Megabit pro Sekunde ja bei Twitch übertragen. Und das ist trotzdem noch eine Kompression. Das heißt, es sind noch immer Daten verloren gegangen. Aber das sieht man halt nicht, weil die Bitrate ist so hoch, dass man halt die Stellen, die nicht sichtbar sind, durch die Kompression halt eigentlich nicht finden kann. Und je niedrige Bitrate halt, desto mehr Aktienbildung hat man zum Beispiel. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Ja, das ist verlustbehaftet. Und es gibt noch verlustfreie Kompressionsverfahren. Das heißt, die Daten können genau so wiederhergestellt werden, wie sie in der Ursprungsversion waren. Da gibt es auch verschiedene Verfahren für. Der gängigste ist der Huffman-Code. Und dieser Huffman-Code, der wird zum Beispiel verwendet bei ZIP-Archiven. Also wenn Sie so ein ZIP-Archiv haben, wo mehrere Daten zusammengepackt sind. Ein ZIP-Archiv komprimiert ja. Und das können Sie wieder entpacken. Das heißt, die Daten sind wieder genau, wie sie vorher waren. Und ZIP nutzt intern internen Huffman-Codierung und auch manche Bildformate, wie zum Beispiel PNG, verwenden Huffman-Codierung zum Komprimieren. Mittlerweile ist Huffman-Codierung nicht mehr wirklich Stand der Technik. Aber das Internet ist noch immer voller PNG-Dateien und JPE-Dateien, einfach weil das so das einzige Format ist, was weit unterstützt wird. Da sind Bestrebungen, das langsamer zu ersetzen. Aber das PNG und sowas ist halt auch schon uralt. Und es komprimiert halt nicht mehr so gut wie der Stand der Technik. Aber der Huffman-Code ist ein sehr schönes Beispiel für ein Kompressionsverfahren, einfach weil er relativ einfach ist. Ja, und da wir hier im OSI-Modell sind, wollen wir natürlich verlustfrei komprimieren, weil die Daten, die wir komprimieren, durch die Leitung schicken, wollen wir auch wieder dekomprimieren. Das heißt übrigens auch, dieses Base64, was dann vielleicht durch die Leitung wandert, wird vermutlich noch vorher komprimiert. Das heißt, es werden gar nicht dann 13 MB durch die Leitung geschickt, sondern vielleicht nur 7 komprimierte MB. Und dann wieder dekomprimiert. Das haben sie auch bei Webseiten. Webseiten komprimieren ihre Daten in der Regel auch, einfach damit weniger durch die Leitung gehen muss. Und die Idee ist halt immer, so eine Kompression muss halt schneller sein. Also komprimieren plus dekomprimieren dauert ja eine gewisse Zeit. Und das lohnt sich nur, wenn das Komprimieren, dekomprimieren schneller ist, als es unkomprimiert durch die Leitung zu schicken. Und das ist eigentlich immer der Fall, deswegen komprimiert man. Ja, wie funktioniert Huffman-Codierung? Also das Prinzip ist ein Häufigkeitsverfahren. Das heißt, man schaut einfach, welche Zeichen sind besonders oft da. Und jedes Zeichen, was besonders oft vorkommt, bekommt die kürzeste Bitfolge. Und seltene Zeichen bekommen längere Bitfolgen. Also die Idee ist, also ich denke mal, da würde man sofort darauf kommen, dass es Sinn macht, als Kompression, wenn was oft vorkommt, ist die Bitfolge kürzer. Und wenn was selten vorkommt, ist die Bitfolge länger. Ist eine simple Idee. Und genau das ist die Huffman-Codierung. So, als Beispiel nehme ich mal dieses Wort hier. Also das Huffman-Codierung funktioniert am besten bei repetitiven Sachen. Ich nehme mal das Wort Rabarber-Barbara-Bier. Das YouTube-Video zu diesem, habe ich übrigens auf Moodle verlinkt, damit Sie wissen, wo dieses Wort herkommt. Können Sie ja mal nach der Vorlesung schauen. Das Video ist mitten in den Vorlesungsnotizen auf Moodle. Ja, aber jetzt werde ich mal von diesem Wort hier den Huffman-Baum stellen. Ja, also Huffman-Codierung. Ich möchte also dieses Wort hier Rabarber-Barbara-Bier komprimieren. So, was macht man da zuerst? Man ermittelt die Häufigkeiten der Wörter. Diese Worthäufigkeiten werde ich auch zur Prüfung stellen, weil es wäre ein bisschen unfair, wenn Sie sich bei dem Wort verzählen mit den Buchstabenhäufigkeiten und dadurch dann den falschen Baum aufstellen. Deswegen, die Buchstabenhäufigkeiten sind vorgezählt, einfach um diese Fehlerquelle zu vermeiden. So, die Häufigkeit von diesem Wort, was ich gerade gesagt habe, ist die folgende. Das I kommt einmal vor, das H kommt einmal vor, das E kommt zweimal vor, das B fünfmal, das A fünfmal und das R sechsmal. Also das ist die Häufigkeit des Wortes. Das heißt, am häufigsten kommt der Buchstabe R vor und am seltensten die Buchstaben H und I. Das heißt, am Ende müssten R und A die kürzeste Bitfolge haben und I und H, Entschuldigung, also am Ende müsste R die kürzeste Bitfolge haben und I und H die längste. Wie funktioniert das Verfahren? Das werden wir dann auch nochmal im Praktikum üben. Also erstmal bilden wir von zwei Zeichen so die Summe, dass das die kleinste Zahl ergibt. Das heißt, wir addieren zwei Häufigkeiten aufeinander und dann muss, ja, wir wählen die zwei aus, so dass die Zahl am kleinsten ist. Das heißt, wir wählen natürlich 1 plus 1 aus. 1 plus 1 ist 2. Das heißt, das sind unsere ersten zwei Zeichen. Ich nehme jetzt also hier mal das H mache ich mal hier hin und das I hier hin und dann kommt hier die Summe. Das ist also ein sogenannter Binärbaum. Was wir jetzt hier aufbauen, Binärbaum heißt, das ist ein Baum, der immer zwei Kindknoten hat. Also der heißt Binärbaum wegen Binär 2. Das heißt, jeder Knoten hat zwei Kinder. Die Kinder von der 2 sind jetzt H und I. So, die zwei Sachen können wir jetzt abhaken. Die haben wir jetzt gewählt. Jetzt schauen wir, was ist die nächste kleine Summe, wobei diese 2 hier mit dort rein zählt. Das heißt, die nächste kleine Summe wäre, wir haben zum einen 2 plus 5, 2 plus 5 ist 7, das ist zu groß, aber 2 plus 2 ist 4. Das heißt, 2 plus 2 ist unser nächster Kandidat. Also wir machen jetzt hier 2 plus 2 ergibt 4. Das ist also unsere nächste Komponente im Baum. Das heißt, wir haben jetzt hier die 4 und machen hier das E ran. So, der Baum wächst also von der 2 aus weiter, einfach weil wir ja dort jetzt die Summe gebildet haben. So, jetzt haben wir die freie Wahl. Also wir können jetzt wählen B oder A. Das ist komplett egal, weil beides 4 plus 5 ergibt 9. Also wenn zweimal das gleiche Ergebnis rauskommt, ist egal, was Sie wählen. Das Ende am Ende funktioniert es trotzdem. Ich nehme jetzt mal das B. Das ist ja 4 plus 5, ist also 9. Das heißt, der Baum ist jetzt 9 und hier das B. So, und mal sehen. Also die Dinger haben wir jetzt ja auch abgehakt. Das heißt, jetzt müssen wir noch verortet werden A und R. 5 plus 9 ist 14 und 5 plus 6 ist 11. Das heißt, 5 plus 6 ist also kleiner als 5 plus 9. Das heißt, 5 und 6 bilden jetzt einen eigenen Knoten. Das heißt, wir haben jetzt hier 5 und 6, die ergeben ja 11. Das, weil es einzigartig ist, machen wir jetzt hier A und R. So, und jetzt bleibt nur noch ein, was übrig. Wir müssen jetzt noch die zwei Dinger verbinden. Das heißt, die zwei verbinden wir noch und das ergibt ja 20. Und damit ist der Baum fertig. Also was man sieht, ist, der Baum zur linken, mit dem ich gerechnet habe, ist im Prinzip das gleiche wie der Baum zur rechten. Einfach nur hübscher dargestellt. Die Idee ist also, sie addieren Zahlen auf, sodass immer die kleinste Zahl bei rauskommt. Und dieses Kombinieren dieser einzelnen Zahlen ergibt dann halt diesen Baum. Das ist jetzt der Hafenbaum. Nein, zwei und fünf konnte man nicht verbinden, weil die zwei war ja schon aufgebraucht. Die hatte ich ja schon hier. Also das E war ja schon weg, hier unten. Und da das E schon weg war, konnte nur noch fünf und die vier hier sein. Aber zum Beispiel B und A hätten getauscht, also B und A hätten auch getauscht sein können, weil die haben beide die gleiche Summe. Da hätten sie sich also B oder A aussuchen können. Das ist egal. So, und was macht man jetzt? Jetzt schreiben wir noch dran. Was wir jetzt machen, ist, wir haben jetzt noch die Bitfolge. Das heißt, wir schreiben an linke Kinder eine 0 und an rechte Kinder eine 1. Und das ist dann die Bitfolge der Kodierung. Ich zeige das mal. Ich mache jetzt hier mal 0, 0, 0, 0. 0 und zur rechten 1. Und wenn sie jetzt dem Baum folgen, wissen sie, welche Bitfolge für welchen Buchstaben komprimiert. Also welche Bitfolge welche Buchstaben komprimiert. Zum Beispiel das A. Das A ist gleich 1, 0, B. Das heißt, das A wurde komprimiert von 8 Bit auf 2 Bit. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht irgendwelche Buchstaben als Hauptknoten haben können. Weil sie sehen, es ist ja eine eindeutige Kodierung. Das heißt, sobald sie das Ende vom Baum erreichen, geht direkt die nächste Bitfolge los. Deswegen können sie halt einfach jetzt alles hintereinander schreiben. Obwohl dieses Verfahren hier natürlich unterschiedlich lange Bitfolgen ergibt. Aber man kann halt immer, wenn der Baum zu Ende ist, direkt den Baum wieder von vorne anfangen. Man kann halt irgendwelche Sachen ablesen. Beispiel. Ich komprimiere mal Bar. Bar ist ja 0, 1. Das A ist 1, 0. Und das R ist 1, 1. Genau, das hier ist nicht in Tabellen vorgegeben. Den Baum muss man individuell berechnen, weil der Baum ist natürlich optimiert für die Eingabesequenz. Das heißt, der Baum muss so aufgebaut sein, dass er halt das Eingabewort sinnvoll komprimiert. Das heißt, wenn Sie jetzt hier ein Buch, wenn Sie jetzt ein Wort damit komprimieren, was der Baum nicht designt ist, ist die Kompression schlecht. A ist 10, weil sie folgen einfach den Werten an den Kanten. Also die Frage zur Prüfung, die passt hier gar nicht rein. Die würde ich mal am Ende noch besprechen. Also wie der Baum berechnet wird, habe ich ja gerade gezeigt. Also Sie haben eine Eingabesequenz und das wird der optimale Baum für diese Eingabesequenz ermittelt, damit das halt gut komprimiert. Das heißt, so wird dieser ermittelt. Das habe ich ja gerade gezeigt. Und Sie schreiben einfach dann an linke Kanten eine 0 und an rechte Kanten eine 1 und das ist dann die Bitfolge, mit der das dann komprimiert wird. Also ob das H oder I 0 oder 1 hat, ist komplett egal. Also Sie hätten auch einen Baum haben können, da ist das hier getauscht. Das ist egal. Am Ende ist ja die Bitlange gleich. Das heißt, das macht hier keinen Unterschied. Also wenn Sie einen gleich langen Baum haben, Sie können I oder H zuerst nehmen, ist komplett schnuppe. Da gibt es zwar eine andere Bitfolge, aber die Länge der Bitfolge ist identisch. Deswegen brauchen Sie zum Dekomprimieren auch immer den Baum dazu. Ohne den Baum können Sie nicht dekomprimieren, weil der Baum ja individuell für die Kompression designt ist. Das heißt, der Baum ist immer individuell berechnet. Ohne Baum kann man die Bits nicht interpretieren. Sie lesen von der Wurzel aus, die Wurzel ist oben, nach unten ab. Das heißt, angenommen, Sie wollen zum Beispiel die Bitfolge für E. So, die Bitfolge für E ist, Sie gehen hier lang, das ist eine 0, 0, 1. Das heißt, E wäre 0, 0, 1 als Bitfolge. Nein, die Bitlänge ist nicht 8. Die Bits sind halt so kurz, wie es geht. Sie sehen ja, es ist eine eindeutige Zuordnung, weil angenommen, Sie wollen halt zum Beispiel Bar haben, immer wenn Sie dann das Ende des Baumes erreicht haben, dann, ja, wissen Sie ja, dass das Zeichen zu Ende ist. Weil ein Buchstabe ist ja immer das Ende des aktuellen Baumes, also das Ende von einem Ast. Also wie der Baum abgespeichert wird, kann ich ihm ehrlich zu sagen nicht sagen. Das ist halt die anschauliche Art, wie das funktioniert. Ich denke mal, da wird in so einem sogenannten Heap abgespeichert, aber das kann ich Ihnen gerade schlecht erklären, wie die Datenstruktur ist. Genau, der Baum hängt immer mit drin. Also das Thema scheint ja sehr viele Fragen zu ergeben. Ich würde mal vorschlagen, wir vertagen mal dieses Huffman-Spräch aufs Praktikum. Also nicht, das sind zwei Wochen, weil dort werden wir nochmal über Huffman-Kodierung reden und dann können wir vielleicht nochmal in Ruhe dann auch gegenseitig so im Sprachdialog in Zoom oder so weiter das klären. Ich glaube, das geht besser, weil es sind ja wirklich sehr viele Fragen dazu. Also ich hatte jetzt diesen Baum hier. Ist der gleiche wie auf meinen Notizen. Und hier ist jetzt mal dargestellt, wie ein paar Sachen komprimiert sein würden. Zum Beispiel Bier. Wenn Sie den Baum nehmen, das sehen Sie ihn leider nicht gleichzeitig. Als Angesammlung, wir würden mal Bier komprimieren. Mal noch als letztes Beispiel. So, Bier, das ist 0,1. Also 0,1 wäre das B. Das I wäre 0,0,0,1. Da das I sehr selten vorkommt, ist es halt dann das E ist 0,0,1 und das R ist 1,1. Um nochmal die Ursprungszahlen zu erklären. Wir hatten ja das Wort, das war Rhabarber, Barbarabier. Ich habe einfach gezählt, wie oft kommt jedes Zeichen vor. Das heißt, hier kommt halt das R 6 mal vor, das A 5 mal, das B 5 mal, das E 2 mal, das H 1 mal und das I 1 mal. Das heißt, dieser Hafenbaum ist genau auf dieses Wort optimiert, damit er halt besonders gut komprimiert. Würden Sie jetzt ein komplett anderes Wort nehmen, zum Beispiel Hai, sehen Sie, dass Hai sehr schlecht komprimiert, einfach weil Hai hier nicht drinne vorkommt. Eigentlich muss man eine große Kleinschreibung beachten, aber ich habe einfach alles klein gemacht, weil sonst halt mehr Knoten kommen und das macht es komplizierter. Nein, das geht natürlich auch mit Binärdaten. Da fassen Sie einfach 8 Bit auf. Also, das nennt sich Wortlänge. Das nennt sich Wortlänge. Sie heißt, Sie können auch sagen, irgendwie ein Hafen in einem Tag ist 4 Byte groß, dann wird halt immer nach 4 Byte Blöcken der Baum gebildet. Also, es geht natürlich auch mit Binärdaten, aber in der Regel guckt man halt nicht nur 1 Byte an, sondern größere Bereiche. Gut, machen wir nochmal Bier. Also erstmal gehe ich hier hin zu dem B. Das ist ja 0,1. Dann gehe ich zu dem I. Das I ist ja 0, 0,0,1. Dann gehe ich zu dem E. Das ist 0,0,1. Und das R ist 1,1. Das heißt, Sie lesen einfach ab, was an den Knoten steht. Das ist Kompression. Über Hafen hatten wir jetzt sehr viel zum Diskutieren. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall nächste Woche nicht. Dann machen wir erstmal generell Netzwerke, also das von letzter Woche. Aber übernächste Woche reden wir auch über Kodierung. Das heißt, da werden wir auch mal ein paar Hafenbäume nochmal durchrechnen. Und ja, ich gebe Ihnen auch noch ein paar zum Üben. Jetzt haben wir also einmal kodiert und einmal komprimiert. Und jetzt verschlüsseln wir mal noch. Verschlüsseln unterteilt sich in verschiedenen Bereiche. Zum einen in zwei Fachgebiete, einmal Kryptografie und Kryptologie. Kryptologie ist dabei ein Teilgebiet der Mathematik. Und Kryptografie ist ein Teilgebiet davon. Und Kryptografie ist Verschlüsselung für Geheimhaltung und Zugriffsschutz. Und es stellt die Vertraulichkeit von Daten sicher. Das läuft folgendermaßen ab. Ein Sender verschlüsselt den sogenannten Plain-Text, also die Ausgangstext oder Binärdaten natürlich. Sie haben also einen Plain-Text, nennt sich das. Das wird vom Sender verschlüsselt. Und ein Empfänger entschlüsselt dann das Schiffrad. Also ein verschlüsselter Plain-Text nennt sich Schiffrad. Und der wird dann vom Empfänger entschlüsselt. Und dafür brauchen natürlich beide einen Schlüssel. Und da gibt es verschiedene Verfahren, um diese Verschlüsselung zu gewährleisten. Die hauptsächliche Unterscheidung ist in symmetrisch und asymmetrisch. Bei symmetrisch wird zum Fernendschlüsseln der gleiche Schlüssel benötigt. Und ja, der Schlüssel muss vorher ausgetauscht werden und natürlich geheim gehalten werden. Und das ist natürlich ein sehr schnelles Verfahren, weil wenn Sie mit dem gleichen Schlüssel arbeiten, ja, also wenn Sie mit dem gleichen Schlüssel arbeiten, das Symmetronverfahren ist nun mal relativ schnell. Langsamer sind asymmetrische Verfahren, die sind aber prinzipbedingt sicherer, weil da haben Sie ja verschiedene Schlüssel. Das heißt, den Schlüssel zum Verschlüsseln, der ist öffentlich, das ist ja sogenannte Public Key, der heißt Public Key, weil er öffentlich ist. Das heißt, den können Sie jeden geben, das ist komplett egal. Was Sie aber geheim halten müssen, ist der private Schlüssel, der Private Key. Den nutzt man zum Entschlüsseln. Beziehungsweise geht es auch umgekehrt, Sie können es auch mit dem Private Key verschlüsseln und Leute mit dem Public Key können es entschlüsseln. Also es geht in beide Richtungen. Dafür gibt es halt ein Schlüsselpaar, privater und öffentlicher Schlüssel. Den privaten, den darf niemand bekommen, außer der, der halt der Besitzer des Schlüssels ist. Und der Public Key, den können Sie an jeden rausgeben. Also Kompression ist nicht wirklich Verschlüsselung. Ich meine, Sie könnten ja, was weiß ich, Sie könnten ja irgendwie eine Hafenbeinkompression jemanden schicken und den Baum dem irgendwie separat mitteilen. Dann kann man das vermutlich als Büsselverschlüsselung betrachten, einfach weil der Baum nicht dabei ist und deshalb das vielleicht nicht entschlüsselbar ist oder sowas. Das würde ich aber nicht als sichere Verschlüsselung betrachten. Reden wir über symmetrische Verfahren, das heißt, Schlüssel für Fernentschlüssel sind gleich. Und da werde ich auf ein sehr einfaches Verfahren eingehen, sogenannte Substitutionschiffren. Die sind total unsicher und die waren wirklich nur vor der Computertechnik sinnvoll. Die basieren einfach auf Buchstabenersetzung, also wirklich ein sehr einfacher Ansatz. Auf jeden Fall deutlich einfacher als Hafenbeinkodierung. Ja, hier verrät schon jemand den Angriff. Also wir haben, genau, diesen Angriff werde ich dann auch noch diskutieren. Kommen wir mal zu einem einfachen Verfahren der Cäsar-Schiffre. Es wird überliefert, dass Cäsar halt dieses Verfahren genutzt hat und es wurde einfach jeder Buchstabe um 3 verschoben und deswegen nennt sich das Cäsar-Schiffre. Also ein wirklich super einfaches Verfahren. Hier haben wir grafisch dargestellt. Das heißt, wir schieben einfach alles um 3. Ja, und das war's. Wenn Sie beim Z sind und dort um 3 verschieben, wird aus dem Z ein C. Also das ist halt eine Substitutionschiffre. Also eine Verschiebung mit 3. Machen wir das doch mal für Barbara. So, wir addieren jetzt einfach. Wir gehen überall drei Buchstaben weiter. Ja, und das war's. Das heißt, überall machen wir jetzt hier plus 3. Das heißt, es ist CDE, BCD, STU, CDE, BCD, STU, ja, BCD. Z wird zu ABC. So, Sie sehen vermutlich schon das Problem. Also jeder einzelne Buchstabe ergibt immer den gleichen Endbuchstaben. Das heißt, Sie würden vermutlich nach einigen Minuten selber merken, dass man einfach nach Häufigkeit gehen kann, um das Ursprungswort zurückzubekommen. Das heißt, es gibt ja so Häufigkeitsverteilungen für Sprachen. Also welche Buchstaben kommen in welchen Sprachen besonders oft vor? Man bildet die Häufigkeiten der Buchstaben und kann so die Verschiebung ermitteln. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, zum Beispiel in Deutsch ist das E sehr oft. Das ist E, kommt sehr oft vor im Deutschen. Und dann sehen Sie, aha, in der verschlüsselten Nachricht ist das H, also 3 weiter als das E. Besonders oft ist die Verschiebung eindeutig 3. Sie machen 3 zurück, haben Sie entschlüsselt. Also wirklich ein super einfaches Verfahren. Ja, und entschlüsseln ist genau das Gleiche. Sie ziehen wieder 3 ab. Also E, 3 Buchstaben zurück, ist B. D, 3 Buchstaben zurück, ist A. Und so weiter. Cäsar Schiffre, ganz einfach. Hier nochmal grafisch dargestellt. Das ist das einfachste Verfahren, was einem so einfallen kann. Ein Spezialfall ist Rot 13. Das sieht man häufiger. Rot 13 heißt, ja, Rot 13 heißt, dass Sie um 13 Zeichen verschieben. Und das heißt, wenn Sie Rot 13 mehrmal anwenden, zweifach anwenden, ist es wieder entschlüsselt, weil Sie haben ja 26 Buchstaben. Das heißt, wenn Sie zwei mal um 13 verschieben, kommt wieder das Original raus. Ja, woran erkennt man, dass es eine Cäsar Schiffre ist? Das müssen Sie natürlich untersuchen. Das heißt, Sie müssen so statistische Analysen machen vom Text, um das Verschlüsselungsverfahren zu ermitteln. Natürlich steht das Verschlüsselungsverfahren der Regel nicht daneben. Das ist natürlich eine ihrer Aufgaben beim Knacken von dem Verfahren. Dann halt, also für Sie natürlich nicht, aber jemand, der das halt, jemand, der das halt aktiv macht, muss halt dann schauen, was ist vermutlich ein Verschlüsselungsverfahren? Und, ja, dann guckt man, was gibt es so für Angriff auf das Verfahren? Und das wählt man ja dann einfach an. Genau, so. Das haben wir also Rot 13, zweimal 13 entschlüsselt. Und Rot 13 haben Sie vermutlich schon mal häufiger gesehen. Das wird nämlich gerne auf Rätselseiten eingesetzt. Sie kennen ja sowas wie Hinweise auf Rätselseiten. Und in der Regel ist das so eine Rot 13 Verschlüsselung. Auch auf so Geocaching-Seiten, als solche Geocaching.com gibt es ja auch so Hinweise. Und diese Hinweise sind auch Rot 13 verschlüsselt. Und dann klicken Sie auf Entschlüsseln und dann wird einfach dieses Rot 13 nochmal angewählen. Sie sehen den Plänen Text. Also Rot 13 nennt man immer einfach, um so Text darzustellen, irgendwelche Spoiler oder Hinweise, die halt nicht direkt sichtbar sein sollen, aber wo es halt nicht auf die Verschlüsselung ankommt. Deswegen nennt man gerne Rot 13. Und so ein Gag hier in der Krypto-Szene ist, ja, Doppel-Rot 13 verschlüsselt für besonders sichere Verfahren. Weil wenn Sie Doppel-Rot 13 verschlüsseln, bleibt natürlich wieder das Original raus. Zum Brechen von Nachrichten nennt sich Kryptanalyse. Und beim Cäsar ist es eine Häufigkeitsanalyse. Hier ist mal die Häufigkeitsverteilung von den Zeichen im Deutschen. Sie sehen, ich weiß nicht, wer so Glücksrad noch kennt, da hat man ja immer so Ernst-Till verwendet. Das L ist halt nicht so häufig, das I aber schon. Auf jeden Fall, die ersten fünf Buchstaben passen ja. Das I ist aber eindeutig häufiger als das L. Genau, und das sind halt so die häufigsten Buchstaben im Alphabet. Es sind auch Häufigkeit sortiert und so kann man halt dann die Verschiebung ermitteln. Einfach, indem man eine Häufigkeitstabelle über das Wort legt. Geht natürlich nur, wenn das Wort hinreichend lang ist, damit solche Statistiken möglich sind. Das heißt, wenn jemand nur drei Buchstaben überträgt, ist vermutlich keine Chance, das zu entschlüsseln. Etwas besser als Cäsar ist die sogenannte Visionär-Schiffe. Das ist eine sogenannte Block-Chiffre. Block-Verfahren heißt, Sie wenden ein Schlüsselwort blockweise an. Das heißt nicht nur auf Einzelzeichen, sondern auch mehrere Zeichen auf einmal. Und dadurch wird es wesentlich sicherer als die Cäsar-Chiffre. Ich werde jetzt mal das Wort mitweider mit dem Passwort bad verschlüsseln. Mal sehen, also wir haben mitweider. Also Sie merken, ich mache das immer in Großbuchstaben, weil mit großen Zeichenbuchstaben wird es uns zu chaotisch. So, wir haben mitweider und unser Codewort oder Passwort nenne ich es mal. Das Passwort ist bad. Und das schreiben wir jetzt einfach so oft. Das schreiben wir jetzt einfach wiederholend runter. Das heißt, wir schreiben jetzt hier drunter bad, bad, bad. So, so schreiben wir es drunter. Und jetzt addieren wir die Werte dieser Buchstaben. Das heißt, minus 1. Das heißt, das wäre erst mal 2, 1, 4 von der Position her im Alphabet. Und da ziehen wir erst mal 1 ab. Das heißt, das ist 1, 0, 3. Das heißt, das sind die Ziffern, das sind die Werte, die wir addieren, auch die Buchstaben. Das heißt, wir addieren jetzt hier 1. Dort 0, dort 3, dort 1, 0, 3. Das ist immer die Verschiebung, 1, 0, 3. Das heißt, das M verschieben Sie um 1 nach vorne. Das I bleibt. Das T wird zu W. Genau, das T wird zu U. Das W bleibt. Das E wird zu H. Das B wird zu J. Das D bleibt. Und das A wird zu D. Die 103 ist die Position im Alphabet, wenn man von 0 aus anfängt zu zählen. Sie gucken Sie einfach die Position im Alphabet an und fangen halt mit 0 an zu zählen, statt mit 1. Das heißt, das A ist das 0. Zeichen im Alphabet, beziehungsweise wenn Sie normal zählen, ist halt das erste Zeichen, dann ziehen Sie 1 ab. Hat halt jemand so festgelegt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Würde auch ohne funktionieren. Dann wäre es auch nicht mal eine Visionärschiffre. Genau, das schreiben Sie einfach so drunter und dann addieren Sie die Zahlenwerte. Genau, wenn es nicht aufgeht, brechen Sie einfach den Block ab. Also um es einmal klar zu machen, um uns sicher, es ist immer minus 1. Also Sie machen ja immer minus 1, einfach weil es so vorgegeben ist. Es ist immer 1. Was Sie dort abziehen. Also Positionermittel in 1 abziehen. Ist einfach so. Nein, es muss nicht aus Buchstaben bestehen. Weil das Verfahren sehr alt ist, man damit Briefe verschlüsselt hat zum Beispiel, ist es natürlich. Die Buchstaben hier unten ist einfach die Addition dieser Zahlen. Das heißt, M um 1 verschoben ist N, I um 0 verschoben ist I, T um 3 verschoben ist W, T um 1 verschoben ist U, W um 0 W, E um 3 ist H, I um 1 ist J, D um 0 ist D, A um 3 ist D. Also der Angreifer weiß natürlich nicht, Also ja, natürlich, wenn Sie sehr viele A drin haben, dann ist natürlich direkt das Original zu sehen. Also zu viele A sollten vielleicht nicht drin sein, das ist natürlich ein exaltantes Problem hier. Und natürlich, das Passwort muss möglichst lang sein, damit es schwerer zu ermitteln ist. Sie sehen schon mal, das ist auf jeden Fall sicherer als Cäsar Schiffre, einfach weil man muss die Blockgröße ermitteln. Ja, also man muss die Blockgröße ermitteln. Wenn man die Blockgröße hat, ist das Verfahren natürlich trotzdem geknackt, weil dann kann man ja wohl eine Häufigkeitsanalyse auf dem Block machen. Aber man muss erst mal die Blockgröße ermitteln. Also es ist ein wesentlich sicherer als Cäsar, aber noch immer ein schlechtes Verfahren. Wie es hier steht, die Sicherheit basiert auf der Länge. Und was eine Blockchiffre ist, ist natürlich jeder Block gleich verschlüsselt. Das heißt, wir versuchen irgendwie Doppelungen zu finden, die treten halt irgendwann auf bei längeren Texten. Und sobald Sie irgendwie eine Doppelung sehen, Sie haben zum Beispiel zweimal das Wort Bad drinne und das ist zufällig so ausgerichtet, dass der Block halt genau gleich verschlüsselt, dann können Sie in der Regel die Blocklänge schlussfolgern, einfach anhand der Häufigkeiten und dann gibt es wieder eine Häufigkeitsanalyse. Also wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, ist Ihnen vielleicht auch klar, wie das angegriffen wird. Etwa wie bei Cäsar mit dem vorherigen Schritt. Erst Blocklänge ermitteln und dann ganz normal Häufigkeitsanalyse. So, was ich auch noch erwähnt habe, ist, es gibt noch XOR. Mit XOR kann man ja auch verschlüsseln, einfach weil es umkehrbar ist. Das heißt, wenn Sie einen Schlüssel haben, können Sie das XOR verknüpfen, dann kommt das Verschlüssel desbei raus und wenn Sie in gleicher XOR-Folge wieder anwenden, kommt wieder das Original raus. Und das war das hier. Also Sie machen 1001, bitweise verknüpft mit 1010, dann kommt ja 0011 raus. Und wenn Sie 0011 wieder genau gleich mit dem 1010 verknüpfen, kommt wieder das Original raus. Heißt also, ist perfekt für Verschlüsselung, weil das ist wie ein symmetrischer Schlüssel. Verschlüsseln wir doch einfach mal das Wort Wort, also das von vorhin. Ja, also das ist, also das ist die Bitfolge für Wort. Also das ist W-O-R-T, also einfach Wort im ASCII mit BIN-A-Codiert, hatten wir vorhin ja schon. So, und das verschlüssel ich jetzt mit dem Code 1010. Das heißt, 1010 ist unser Passwort. Ich nenne jetzt mal Code. ist 1010b. Das heißt, das mache ich jetzt auch wieder blockweise, genau wie bei Visionär. Ich mache 1010, 1010, 1010, 1010. So, also einfach so lange wiederholen, bis sie fertig sind. So, das ist jetzt eine XOR-Verknüpfung. Jetzt einfach XOR verknüpfen, also XOR ist hier 1, wenn sich die Werte widersprechen. Das heißt, das ist 1111, 1101, 1100, 1101, äh, Quatsch. 1101, 1101, 1101, 1101, 1101, 1110. Jetzt ist das ja das Verschlüsselte hier. Es könnte sein, dass ich jetzt irgendwo einen Bitfehler drin habe. Aber im Prinzip, ich habe jetzt halt einfach dieses Codewort so lange hier drunter geschrieben, bis sie halt alles aufgefüllt ist und dann einfach XOR bitweise angewendet. XOR hatten wir ja schon. und dann kommt halt das hier raus. Das ist jetzt das verschlüsselte Codewort. Das schicken sie jemanden, der macht wieder XOR mit 1,0, 1,0 und kriegt dann wieder das Original von oben bei raus. Ist natürlich nur sicher, wenn es möglichst lang ist. Hier wird das natürlich viel zu kurz dafür. Wenn sie es länger machen, ist es sicherer, es ist aber noch immer unsicher, weil Häufigkeitsanalyse geht hier natürlich auch. Das heißt, auch kein Mega-Verfahren, aber ist ähnlich zu Visionär. ist halt XOR. Und was es auch noch gibt, ist das sogenannte One-Time-Pad. One-Time-Pad heißt, der Schlüssel ist genauso lang wie die Nachricht. Das ist vollkommen sicher, wenn der Schlüssel nur einmal verwendet wird. Das heißt, sie schicken jemanden vorher einen Schlüssel, der aus 100 Buchstaben besteht und dann schicken sie ihm noch irgendwann eine Nachricht und er wählt dann diesen 100 Zeichen Schlüssel an auf die Nachricht, die 100 Zeichen lang ist und kann das entschlüsseln. Das kann niemand knacken, einfach weil dann keine Häufigkeitsanalyse möglich ist. Wenn der Schlüssel genauso lang ist wie die Nachricht. Nennt sich One-Time-Pad, kann man für einmalige Nachrichten verwenden. Also gebrochene Verfahren, es gibt noch ein paar Praxis-Nehre, aber die sind etwas kompliziert zu erklären, weshalb ich das nicht machen werde. Wen es interessiert, es gibt auch immer Haufen Videos auf YouTube, die natürlich die Verfahren auseinandernehmen. ein Verfahren ist das, ist von 1974, ist eines der ersten verbreiteten Verschlüsselungsverfahren. Es ist noch immer sicher, aber es hatte nur eine Schlüssellänge von 56 Bit, das heißt, es ist so kurz, dass man es mittlerweile in wenigen Stunden knacken kann. Aber noch immer aktuell ist AES, das ist der Advanced Encryption Standard, der ist von 1998, der Schlüssel ist 128 Bit und das ist ein Verfahren, was nochmal sehr verbreitet ist, zum Beispiel für WPA2. Das Verfahren ist relativ schlecht zu erklären, deswegen mache ich das hier auch nicht. Aber ich habe da noch ein paar andere Verfahren, die sich besser erklären lassen, beim asymmetrischen. Ah ne, vorher habe ich noch Security bei Obscurity. Okay, ja, also was ist Security bei Obscurity, bevor ich jetzt zu asymmetrischen Verschlüsselungen komme? Security bei Obscurity ist Sicherheit durch Unklarheit, das heißt, die Sicherheit wird dadurch gewährleistet, dass man die Details geheim hält und das ist eigentlich immer der falsche Ansatz, weil erstmal Verschlüsselungsverfahren basieren ja darauf, dass der Algorithmus bekannt ist, das heißt, wenn Sie irgendjemandem was zusenden und Sie schreiben daneben, das hier ist AES verschlüsselt, dann bringt das dem Angreifer nicht viel, weil der kann AES trotzdem nicht entschlüsseln, ohne das Passwort irgendwie zu knacken. Das heißt, Sie können den Algorithmus daneben schreiben, wenn er nachgewiesenermaßen sicher ist und das gefährdet nicht die Sicherheit Ihrer Daten. Und natürlich, Sie würden da hinschreiben, das ist Cäsar-Chifre mit Verschiebung 5. Das wäre natürlich, das würde natürlich dann nichts bringen, weil das Verfahren ist ja offensichtlich unsicher. Da soll man, da ist es natürlich, so ein Algorithmus verwendet man ja auch in der Praxis nicht. Und der Vorteil daran ist, wenn der Algorithmus bekannt ist, dass ihn jeder überprüfen und verifizieren kann, vor allem Mathematiker, die dann halt beweisen können, ah, das Verfahren ist sicher, könnt ihr alle möglichen Leute weltweit darauf stürzen und dann schauen, ob das sicher ist. Und die einzige Sicherheit basiert generell darauf, dass das Schlüsselwort geheim ist zum Entschlüsseln. Das heißt, AIS und so weiter sind nachgewiesenermaßen komplett sicher. Wenn ihr Schlüssel lang genug ist, kann das niemand in absehbarer Zeit entschlüsseln. Außer Quantencomputer kommen, aber das dauert ja noch eine Weile. Hier mal einige Beispiele aus dem Alltag. Zum einen Schlüssel ohne der Fußmatte. Dort ist die Sicherheit, die Geheimhaltung des Verstecks. Dann sowas wie Webseiten, die sowas sagen wie, der Account existiert nicht, anstatt auszugeben, das Passwort des Accounts ist falsch. Also sie verschweigen dort halt, dass der Login-Name korrekt ist. Generell Closed-Source-Software, also Software, wo der Quelltext nicht existiert. Und dann halt noch solche schönen Sachen, wie der Projektleiter vom sogenannten E-Postbrief hat in einem Interview gesagt, ein wesentlicher Aspekt unseres Sicherheitskonzepts ist, wir reden in der Öffentlichkeit nicht darüber. Das ist Teil des Sicherheitskonzepts. Das ist natürlich komplett der falsche Ansatz, weil wenn Sie Pech haben, gibt es dann irgendeinen Mitarbeiter oder generell das Sicherheitskonzept wird irgendwie herausgetragen in die Öffentlichkeit. Was immer passiert. Also irgendwann werden die internen Dokumente immer irgendwann geleakt. Und ein aktuelles Beispiel, Sie haben vielleicht gelesen, kürzlich gab es noch ein paar Impfzertifikate, zum Beispiel von Mickey Maus. Und die werden jetzt gültig erkannt von den Apps. Und da passt dann auch das Wort Fingerprint. Ich habe hier gerade die Frage, nennt man schlussendlich auch Fingerprint. Im Kontext von Zertifikaten haben Sie dieses Wort häufiger. Ja, also die lassen sich irgendwie technisch nicht sinnvoll sperren eigentlich. Und das Gesundheitsministerium hat dazu gesagt, wir haben eine Lösung gefunden, um alle gefälschten Zertifikate sperren zu können. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir die Details des Sperrverfahrens nicht öffentlich kommunizieren können, um eventuellen Nachahmern keine Möglichkeiten zu geben, unsere Sicherheitsmaßnahmen auszunutzen. Das ist also auch wieder ein perfektes Beispiel für Security by Obscurity. Die wollen nicht verraten, wie sie die Zertifikate als ungültig markieren, was halt kompletter Blödsinn ist, weil natürlich muss die Stelle, wo die Liste der ungültigen Zertifikate drinsteht, natürlich von Apps abrufbar sein. Das heißt, es gibt überhaupt keinen logischen Sinn hier. So, jetzt noch asymmetrische Verfahren. Das häufigste Verfahren ist die sogenannte Public Key Kryptographie. Diese basiert auf sogenannten Einwegfunktionen. Einwegfunktion heißt, das sind Funktionen, mit denen lässt sich etwas berechnen, aber das Umkehren ist schwer. Das heißt, Sie haben eine Ausgangsfunktion und das Invertieren dieser Funktion ist schwer. Und darauf basiert das ganze Verfahren. Sie haben jetzt zwei Schlüssel, den öffentlichen, den Public Key und dann geheim den Private Key. Das nutzt man in vielen Fällen, zum Beispiel für die elektronische Unterschrift, weil mit dem öffentlichen Schlüssel können Sie dann dort also validieren, dass jemand mit einem privaten Schlüssel etwas signiert hat. Man nutzt es generell für eine traurige Datenübertragung, weil nur der, der den privaten Schlüssel hat, kann das Dokument signieren und mit dem öffentlichen Schlüssel können Sie validieren, dass das Dokument echt ist. Dafür nutzt man Public Key-Kryptographie und dort würde halt ein symmetrischer Schlüssel keinen Sinn machen. So, man hat jetzt immer mal so das Problem, angenommen, Sie möchten eine Verbindung auf einer Website aufbauen, Website-Verbindungen sind verschlüsselt, das ist dieses HTTPS und dieses Schlosszeichen im Browser. Das Problem ist, die Leitung ist unsicher und Sie müssen einen Schlüssel über eine unsichere Leitung ertauschen. Und dafür wird Diffie-Hellman verwendet. Diffie-Hellman, das ist ein Verfahren benannt nach diesen zwei Personen und das gewährleistet, dass Sie einen Schlüssel über eine unsichere Leitung übertragen können. Das basiert auf dem diskreten Logarithmus-Problem, das heißt, für große Zahlen lässt sich das Inverse der Potenzfunktion schwer ermitteln, das ist das diskrete Logarithmus-Problem und darauf basiert das Ganze. Also in der Kryptographie gibt es immer so zwei Personen, das sind Alice und Bob. Alice und Bob wollen miteinander irgendwie kommunizieren und dafür machen sie erstmal einen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Wie erfolgt der? Achso, der Austausch jetzt übrigens mit Sternchen, also den müssen sie nicht können. So, Diffie-Hellman. So, angenommen, also erstmal, Sie denken, es gibt erstmal Alice und Bob. So. Beide einigen sich erstmal auf ein öffentliches Schlüsselpaar. Also es gibt natürlich in der Praxis sind die Zahlen viel größer. Also erstmal gibt es ein öffentliches Paar. So, es gibt ein öffentliches Paar, das teilen sich auch beide mit. Das eine ist P gleich 17 und das andere ist Q gleich 2. In der Praxis sind die Zahlen natürlich viel größer. Also die zwei Zahlen, diese zwei Buchstaben schicken die sich gegenseitig zu, die sind bekannt, diese Werte. jetzt legen beide zwei Zahlen fest, die sie sich nicht mitteilen. Alice legt mal fest, A ist 3 und Bob legt fest, B ist 5. Also die zwei Sachen hier sind privat. Das heißt, die sagen die niemanden, die schicken sie auch nicht über die Leitung. Und dann rechnen sie und B ist gleich Q hoch A Modulo, also Modulo hatten wir ja auch Restklassen, Modulo P und B ist gleich Q hoch B Modulo P. Das heißt, wenn man das einsetzt, ist das 2 hoch 3 Modulo 17 ist also 8 und B ist gleich Q hoch, äh, 2 hoch, 2 hoch 5 Modulo 17 ist also 15 also Modulos Restklasse, hier kommt ja eigentlich 2 hoch 5 ist ja eigentlich 32 und sie ziehen so lange 17 ab, sie ziehen so lange 17 ab, bis es kleiner als 17 ist. Das heißt, ich ziehe so lange 17 ab, bis es kleiner als 17 ist und das wäre dann 15 und das ist hier Modulo, das ist Restklasse. Hatten sie vielleicht schon mal in der Mathematik. Jedenfalls, links kam 8 raus beim A und hier kam 15 raus. Diese zwei Zahlen hier, die, ich markiere jetzt vielleicht mal die blauen, was öffentlich ist, also öffentlich ist das hier, das hier und diese zwei Sachen teilen sie jetzt auch mit, also ihr sagt, jetzt sagt Bob an Alice, mein B ist 15 und A ist 8. Wo kommen die Zahlen her? Die werden willkürlich gewählt. Ist eine große Zahl. In der Regel nennt man hier Primzahlen, die zwei sind natürlich keine Primzahl, das rechnet sich so leichter. Also die legen einfach eine große Zahl fest, die teilen sich beide mit, die werden also öffentlich ausgetauscht, die zwei Zahlen. Dann diese zwei Zahlen hier, also die 3 und die, die Zahl hier bleibt geheim und die bleibt auch geheim, das heißt, die verlässt nie den Computer und dann wenden die die Formel an und teilen damit, aha, bei mir kommt 8 raus, und bei mir kommt 15 raus. Und was passiert als nächstes? Wie anmelden wir jetzt den privaten Schlüssel? Der private Schlüssel ist jetzt, genau, k ist gleich b hoch a mod p bzw. k ist gleich a hoch b mod p das ist beides p setzen wir mal noch schnell ein k ist gleich 15 hoch 3 mod 17 k ist also 9 und hier k ist gleich k ist gleich hoch 5 modulo 17 k ist gleich 9 das heißt, sie sehen am Ende haben beide den gleichen privaten Schlüssel berechnet und die Sicherheit und die Sicherheit des Verfahrens basiert darauf, dass die zwei Werte hier, die 3 und die 5 in der Umkörperbarkeit schwer zu ermitteln sind. Das ist das krete Logarithmusproblem, das Inverse ist ja jetzt der Logarithmus und wenn die Zahlen sehr groß sind, können sie den Logarithmus nicht schnell bestimmen. Und darauf basiert die komplette Sicherheit auf dieser einfachen Idee. Sie haben jetzt also Schlüssel ausgehandelt, ohne dass das eine konkrete Geheimnis den Computer verlassen hat und jetzt können beide über diesen Schlüssel, den sie hier berechnet haben, kommunizieren. Genau, die Berechnung hier war gerade nicht prüfungsrelevant, aber ich wollte Ihnen jetzt mal diese einfache Idee zeigen. Wie aus dieser einfachen Idee sichere Verschlüsselung ist, das ist Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch. Diese Idee hier basiert auf der Schwere, wie man den Logarithmus berechnet. Das ist auch ein Verfahren, was in der Zukunft Quantencomputer effizient lösen können werden, lösen werden können, aber die sind ja noch in weiter Ferne. Also Diffie-Hellmann nennt man eigentlich überall, wo es erstmal wichtig ist, überhaupt einen Schlüssel auszutauschen, in der Regel, ich weiß nicht, ob WhatsApp Diffie-Hellmann ursprünglich verwendet, aber in der Regel ist Diffie-Hellmann so das verbreitete Verfahren, was man überall bei dem Verbindungsaufbau nutzt, um das erste Passwort zu übertragen. Hier mal als Beispiel angenommen, Sie haben so eine gemeinsame Farbe, diese mitteilen, zum Beispiel gelb. Die beiden teilen sich gelb mit, das wird öffentlich ins Netz posaunt, dann haben beide eine geheime Farbe und dann teilen die öffentlich mit, aha, diese Farbe kam raus und jetzt mischen beide nochmal diese, wir nennen beide nochmal die Farbe und mischen die nochmal mit ihrer geheimen Farbe und dann haben sie eine gemeinsame Farbe. Das setzt natürlich voraus, also das Umkehren der Operation muss schwer sein. Und das ist ja beim diskreten Logarithmus-Problem so, das Umkehren des Potenzierens mit dem Logarithmus ist schwer und hier ist die andere das Umkehren der Mischung ist schwer. Also das ist die generelle Idee. Und die vier Helme nutzt man in der Regel halt, um so den ersten Schlüssel zu übertragen. Also man hat sich jetzt dann auf einen gemeinsamen Schlüsselpaar geeinigt und nachdem man sich diesen Schlüssel berechnet hat, die vier Helme ist aber relativ langsam, deswegen man ermittelt also einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel überträgt man dann in der Regel ein symmetrisches Codewort und arbeitet dann symmetrisch weiter, einfach weil es symmetrisch schneller ist. Also asymmetrisches Prinzip bedingt langsam, deswegen macht man meist eine asymmetrische Übertragung mit die vier Helmen und im Anschluss handelt man AES aus und überträgt dann über den verschlüsselten Kanal symmetrisch AES. Und ein anderes Verfahren, zum Beispiel RSA, das nutzt man zum Verschlüsseln und Signieren. Das basiert auf der Schwere der Faktorisierung von Primfaktoren. Das heißt, Sie haben zwei große Primfaktoren, Sie haben eine große Zahl, welche das Produkt aus zwei sehr großen Primzahlen ist und das Ermitteln dieser zwei großen Primzahlen ist schwer. Und darauf basiert die Sicherheit. Also auch wieder eine sehr einfache Idee. Das eine war von einer großen Potenz, den Logarithmus ermitteln ist schwer und hier ist von einer großen Zahl die zwei Primfaktoren ermitteln ist schwer. Das heißt natürlich auch, das Verfahren ist unsicher, wenn Sie dort eine Zahl drin haben, die keine Primzahl ist. Das ist so das Übliche, was hier schief geht. So, und zum Abschluss kommt man noch Schicht 7. Also wie gesagt, die meisten Verfahren machen wir auch nochmal dann im Praktikum. Also jetzt außer die vier Helmen, das war jetzt mehr so, um mal zu zeigen, wie einfach die Idee eigentlich dahinter ist. Also Schicht 7 ist ja die Schnittstelle zwischen Netzwerkprotokoll und Anwendung. Dafür gibt es für verschiedene Dienste sogenannte Portnummern. Also der Rechner wählt sich sag mal auf Port 80 und Port 80 heißt, aha, ich möchte mich auf eine Website verbinden. Das ist einfach standardisiert. Es gibt zum Beispiel DNS. DNS löst Namen in IPs auf. Dann HTTP für Webseiten, FTP für Dateiübertragung, ist besonders unaktuell. SMTP, um E-Mails zu senden, IMAP, um E-Mails abzurufen, zum Beispiel. Und diese ganzen Sachen passieren ja im Internet. Das wurde 1969 als ARPANET. Ja, also wir waren 1969 im Auftrags-Verteidigungsministerium sind erworfen und man hat es genutzt, um großreichende Unis und Forschungseinrichtungen zu vernetzen. Das heißt, man wollte die ganze Rechenleistung, die es so gibt, effizienter nutzen. Und IPv4 und TCP sind halt schon uralt. Sie sehen, das ist schon 40 Jahre alt, die ganzen Technologien, die wir noch immer verwenden. DNS ist von 84, also Namen in, also sie geben ein www.hasmitweiter.de und dahinter ist ja eine IP-Adresse und die wird halt ermittelt und das macht der DNS-Server. Und das Internetöffentlicht gibt es seit 1990. TCP, das war ein zustandsbehaftetes Protokoll, das heißt, sie machen einen sogenannten Handshake, also sie verbinden sich auf einen Server, sagen dort so eine Art Hallo, dann antwortet der Server, das ist der Handshake und dann haben sie halt eine zustandsbehaftete Verbindung, um über einen Kanal Daten zu übertragen. Das ist TCP. Das Gegenteil war UDP, das war die zustandslose Übertragung, die man zum Beispiel nutzt für so Sachen wie Sprachtelefonie, wo Datenverlust akzeptabel ist. Ja, also DNS löst Hostnamen in IP-Adressen auf, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Sie haben also irgendwie, wobei ich kann ja mal einmal was beispielhaft zeigen. Ich mache mal NS-Lookup, has-mitweiter.de und jetzt sagt er mir, has-mitweiter.de hat die folgenden IP-Adressen, also die haben mehrere IP-Adressen, vermutlich zur Lastverteilung, has-mitweiter.de ist erreichbar unter dieser Adresse, unter dieser IP, wenn die nicht geht, probier mal die, wenn die nicht geht, probier mal die und wenn die nicht geht, kannst du mal noch die probieren. Oder zum Beispiel google.de ist erreichbar mit dieser IP-4-Adresse und dieser IP-4-Adresse. Und das hier oben ist der DNS-Server, der mir geantwortet hat, also in dem Fall mein lokaler. Ich habe lokal einen DNS-Server-Catchlaufen, deswegen Antwort Localhost, das ist Ihr lokaler Rechner hier. Und der Antwort auf Port 53. So, für das Internet nutzt man sogenannte HTTP, Hypertext Transferprotokoll. Das wurde 1989 am CERN entwickelt und der Standard ist von 1996 und das verwendet jede Website. Mittlerweile ist es aber üblich, HTTPS zu verwenden, das ist die verschlüsselte Variante, das heißt, Sie machen erst so einen Diffy-Helmen-Schlüsselaustausch, wenn Sie auf eine Seite verbinden und dann wird verschlüsselt übertragen. Und das ist zustandslos, das heißt, die Verbindung wird nach jedem Website-Aufruf abgebaut und der Zustand wird über sogenannte Cookies gespeichert. Also Cookies sind so kleine Dateien auf Ihrem Computer, die schicken Sie bei jedem HTTP-Anfrage mit und dadurch weiß der Server wieder, wer Sie sind. Da ist am meisten eine Session-Nummer drin. Hier ist mal ein Beispiel für HTTP. Sie sehen, das ist ein textbasiertes Protokoll. Das heißt, Sie senden zum Beispiel hin GET, also da möchten Sie Hauptseite HTTP 1.1 und welcher Host und dann gibt es eine Antwort. Ja, und das zeige ich Ihnen jetzt hier mal. So, als Tool nehme ich dafür NetCat, also CAT fürs Netzwerk, NC, NetCat und da mache ich jetzt mal, ich mache mal nicht hsmitweyer.de, weil die mögen meine Requesten der Regel nicht, wobei doch ich mache mal hsmitweyer.de auf so NC www hsmitweyer.de 80 So, und jetzt schicke ich direkt mal diese Anfrage hin, ich mache GET HTTP 1.1 und dann antwortet mir der Server, also der Server sehr wählerisch, der sagt mir dann Bad Request, also eine schlechte Anfrage. Das heißt, die machen einfach NC und das hier, dann wird es hier aufgebaut und der sagt mir dann schlechter Request, warum auch immer und dann sagt er mir, dann antwortet mir hier der Server und sagt mir dann 400 Bad Request, Ihr Browser hat eine Anfrage geschickt, die der Server ja, nicht versteht. Das heißt, viele Protokolle sind Textbasiert und dann gibt es natürlich noch E-Mail. Ja, E-Mail kennen Sie alle, nutzen wir auch hier in der Hochschule, um so Daten zu übertragen. Früher gab es viele dezentrale Dienste, aber heutzutage nutzen die meisten Google-Mail, das heißt, das ursprüngliche dezentrale E-Mail-System ist mittlerweile eher so ein Monopol von Google-Mail geworden. Und zwar empfangen mit dem iMap und zu versenden SMTP, das sind auch uralte Protokolle. Und Sie kennen vielleicht den Begriff Spam, Spam sind unerwünschte Mails und dann gibt es noch Hem, das sind erwünschte Mails und 2019 waren 55% der weltweiten E-Mails Spam. Es ist ein bisschen unklar, wo der Wortursprung herkommt. Es gibt auch einen Monty Python-Sketch, wo das Wort Spam sehr oft vorkommt. Das habe ich auch auf Moodle verlinkt. Das können Sie also direkt nach dem Rhabarber Barbara-Video auch noch anschauen, jetzt nach der Vorlesung. Und jetzt möchte ich mal noch zum Abschluss mal ein bisschen Netzwerkverkehr mitschneiden mit Wireshark. So, mal sehen, aufzeichnen, starten. Also Sie sehen jetzt hier, hier schneide ich jetzt einfach mal die Netzwerkpakete mit. So, und das werde ich jetzt auch mal etwas schränken. Ich bitte Sie mal bitte, schreiben Sie mal bitte etwas in den, Moment, ich mache mal hier IRC. So, schreiben Sie bitte etwas in den Chat. Das müsste jetzt hier angezeigt werden. So, jetzt können Sie hier sehen, das Wireshark schneidet jetzt so verschiedene Sachen mit. Und jetzt kann ich hier sehen, unten unverschlüsselt, zum Beispiel von Franciscat irgendwas, kommt eine private Nachricht etwas. Das heißt, wenn jemand jetzt am Kabel sitzt und das Kabel abhört, könnte er genau das hier sehen, diese unverschlüsselten Nachrichten. Das heißt, Sie haben jetzt hier eine unverschlüsselte Nachrichten ins Internet geschickt und die kann jetzt jeder mitlesen und Sie sehen hier unten im Nitschnitt, das ist die Nachricht und Sie können auch sehen, wie das Byte-Muster aufgebaut ist. So, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal Hallo Welt mal zum Beispiel. Wo war Hallo Welt jetzt? Hier war Hallo Welt. So, Sie sehen, das ist der Frame, das ist der Ethernet-Frame. Dann nutzen wir IPv4. Das IPv4 ist das hier. Das hervorgehobene Bereich, das ist der IPv4-Header. Das ist der IPv4-Header. Dann sagt er mir jetzt, das ist die Verbindung TCP über Port 6667 und das ist das Internet-Relay-Chat-Protokoll. Dort steht jetzt drin Brief-Message an diesem Server Hallo Welt. Und so ist halt Netzwerkverkehr aufgebaut und das ist ja am Ende ein Zeilenumbruch. Das heißt, diese Bytes wandern dann durch das Netzwerk. Bei HTTP, bei IRC in dem Beispiel, also unverschlüsselter Chat, sieht so aus. Jetzt steht hier zum Beispiel, weil das Licht an ist. Ich kann also direkt hier sehen, wenn jemand am Kabel sitzen würde und das mitschneidet, könnte er genau sehen, was übertragen wurde. Das ist HTTP, das ist IRC. Ich mache nochmal kurz so eine Netcat-Verbindung. Ich mache nochmal HTTP, filtre ich jetzt mal. Jetzt gebe ich hier mal ein Netcat www.hsmitweiter.de Port 80 So, jetzt mache ich nochmal get slash html ne, wie war das? HTTP 1.1 drücke Enter und Sie können sehen, die HTTP-Verbindung wurde hier angezeigt. Genau, und so kann man ein Wireshark nehmen. Bei verschlüsselten Sachen würde man das nicht mehr so schön sehen, weil wir es HTTPS machen, könnten Sie ja gar nicht sehen, weil es ist verschlüsselt und so geht halt Wireshark. Das können wir dann im Praktikum nicht machen, einfach weil Sie kein Administratorrecht haben, das Netzwerk-Traffic mitzuschneiden. Das würde man halt in der IT-Sicherheit machen. Man würde zum Beispiel Netzwerkverkehr mitschneiden und den analysieren. Damit bin ich für heute fertig. Gibt es noch Fragen? Also erstmal zu der Prüfungsfrage. Ich muss mal kurz hochscrollen. Genau, wie ist die Prüfung ungefähr aufgebaut? Hälfte Folienwissen, andere Hälfte Umsetzung. Also, für mich ist es wichtiger, dass Sie das praktische Verständnis haben, also mehr Praxis als Theorie. Es wird auch ein paar Theorie-Fragen geben, aber für mich ist es wichtiger, dass Sie die Praxis können. Das heißt, was gab es so, das ist jetzt natürlich nicht vollständig, also Umrechnungen, Zeichen-Codierungen. Warum gibt es Unicode? Also vor allem die Sachen, die wir im Praktikum machen. In der Vorlesung zeige ich auch mal ein paar Sachen hier, aber das meiste ist auf jeden Fall Praktikumswissen, sollten Sie auf jeden Fall zeigen können. Und hier danach haben wir ja auch schon dann bald Datenbanken. Da müssen Sie mir dann zeigen können, dass Sie so Datenbank-Abfragen schreiben können beziehungsweise dann beim Python kleine Programme programmieren. So, und, ne, Jahreszahlen natürlich nicht. Wir sind ja bei keinem Geschichtsunterricht. Und nein, die Theorie grenze ich nicht ein. Aber ich meine, die meisten Theoriefragen sind irgendwie so, dass sie auch irgendwie so ein bisschen sich aufs praktische Verständnis bezieht, zum Beispiel, ja, was ist der Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung zum Beispiel. Genau, das Problem ist jetzt, wenn Sie mich zu viele Fragen herausleiern, dann sind die alle verbrannt und ich kann sie nicht zur Prüfung stellen. Das heißt, je mehr ich Ihnen jetzt erzähle, desto schwerer werden die Fragen, weil man dann die leichten Fragen rausgeht. Das ist ein valider Einwand. Also zu Python, das würde ich sagen, wie Programmieraufgaben, das vertagen wir mal bis zu Anfang Weihnachten, dann sehen Sie ja, wie die Programmieraufgaben im Praktikum aussehen und dann haben Sie da einen besseren Überblick, wie schwer die werden. Ich kann Ihnen versichern, da das ja eine schriftliche Prüfung wird, sind die Programmieraufgaben relativ einfach, weil schriftlich Programmieren ohne Hilfsmittel ist total albern. Deswegen werden die Aufgaben auch entsprechend einfach aussehen. Keine Sorge, ich weiß ganz genau, dass das nicht Ihr Hauptmodul hier ist und das berücksichtige ich auch. Ich kann Ihnen versichern, beim letzten Mal, also die Prüfung fiel ziemlich gut aus, also Sie müssen vor der Prüfung eher keine Angst haben. Die Durchfallquote ist wirklich sehr gering.